Zum Abschluss führen der Meister und der Kunde eine Bauabnahme durch. Dem Kunden werden vom Meister die Funktionen der Anlage demonstriert. Danach unterschreiben beide das Abnahmeprotokoll. Gegebenenfalls sind darin Baumängel festgehalten. Der Meister übergibt dem Kunden eine Kopie der Bauakte mit der vollständigen Projektdokumentation. Diese enthält die ergänzten Unterlagen sowie die Projektdatei in digitaler Form. Nach erfolgreicher Abnahme wird vom Meister die Rechnung erstellt. Alles ist wieder prima. Die Rechnung wurde bezahlt.